Haha, Hamster aus der Arsch-Weltwetter ist zu Ende. Als nächstes kommt der Sport. Oh, guten Tag. Guten Tag, Miss. Also leben die Hamster im Rektum von diesen Leuten? Ja, Kleine, so sieht's wohl aus. Aber wie soll das gehen? Haben die Leute in ihren Hintern kleine Apartments drin? Ja, und können sie den Hintern verlassen und selbst rumspazieren? Keine Ahnung, ich sehe mir dasselbe Programm an wie ihr. Grandpa Rick, wenn Sie den Hintern verlassen und die Person wandert aus, wie können Sie dann Ihre Arschperson wiederfinden? Was weiß ich? Ich kann den Fernseher nicht mal hören, mir reicht's jetzt. Wir reisen dahin, dann frag die Idioten, die hamst du doch einfach selbst. Juhu, Familienurlaub.